Heute sprechen wir über den DAX, den Schweizer Aktienmarkt, wir sprechen über Taiwan Semiconductor, wir sprechen über den S&P 500 und über BASF. Herzlich willkommen bei ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer neuen Ausgabe von Winklers Weitblick. Der heutige Titel lautet Tech-Aktien immer noch stark. Wir haben Dienstag, den 23. Januar und der DAX notiert aktuell bei gut 16.700 Punkten, also etwa 150 Punkte höher als letzte Woche. Mein Name ist Michael Winkler. Herzlich willkommen. Wir beginnen mit einem kleinen Update. Wir haben in den letzten Wochen über das Kaufsignal bei Nvidia gesprochen. Unser erster Punkt. Und zwar hatten wir die Marke von 500 Dollar gezeigt, die Nvidia am Überwinden war und haben gesagt, wenn sie das schaffen sollte, dann würde sie diese Seitwärtsrange der letzten sechs Monate nach oben verlassen. Charttechnisch neues Kaufsignal. Was ist daraus geworden? Tja, es ist aufgegangen, das Kaufsignal. Nvidia steht jetzt inzwischen bei knapp 600 Dollar. Also von 500 auf 600. Hat also knapp 20 Prozent zugelegt. Der Widerstand 500 ist definitiv überwunden. Und jetzt muss man sagen, dieses Kaufsignal, was wir bekommen haben, ist auch eigentlich dadurch innerhalb der letzten ein, zwei Wochen jetzt schon wieder fast abgearbeitet. Wie komme ich da drauf? Diese Seitwärtsrange, die wir vorher hatten, zwischen 400 und 500 Dollar. Also wenn ich die jetzt in absoluten Zahlen nehme, eine 100 Dollar Bandbreite, die lege ich nach oben. 500 Dollar plus die 100 Dollar komme ich auf 600 raus. So, da wären wir jetzt. Oder wenn ich es im Chart sozusagen logarithmisch mache, in Prozenten. Von 400 auf 500 wären die 25 Prozent und von 500 nach oben die 25 Prozent. Da habe ich noch ein bisschen Luft. Da könnte sie noch ein bisschen über 600 gehen. Aber wie auch immer, dieses Kaufsignal, was wir vor zwei Wochen hatten, hat gearbeitet, hat sich inzwischen fast, ja, komplett erfüllt. Nvidia bleibt einer der Top-Performer. So viel zu Nvidia. Wir hatten in den letzten Wochen auch über Apple viel gesprochen. Unter dem Stichpunkt, Apple bleibt Underperformer, entwickelt sich nicht so stark wie andere Tech-Aktien, wie der Nasdaq-Index oder eben zum Beispiel wie Nvidia. Wenn wir heute darauf schauen, können wir nur sagen, es ist alles okay bei Apple. Sie hatte jetzt zweimal die 200-Tage-Linie bei 180 Dollar angetestet. Das hatten wir angesprochen. Hatten auch gesagt, ein Test der 200-Tage-Linie verläuft meistens erst einmal erfolgreich. Und es geht nach oben. Das macht sie. Hier noch von Kursen vom Freitag 191, gestern Abend, am Montagabend etwa sogar bei 194. Aber wie gesagt, in den letzten Wochen der Deckel, nämlich die 200 Dollar, die bisher den Kursanstieg begrenzt haben, der gilt immer noch. Insofern, es ist okay. Sie notiert oberhalb der 200-Tage-Linie. Sie steigt auch gerade mit dem Markt an. Aber anders als starke Aktien erzielt sie bisher eben keine neuen Höchstkurse. 194 ist immer noch unter der 200. Der Deckel ist noch nicht gelüftet. Update zu Apple. Fazit. Es bleibt erstmal bei einer neutralen Position und sie gehört eben nicht unbedingt zu unseren Favoriten. Das war unter Punkt 1 unser Update zu Nvidia und Apple. Unser zweiter Punkt. Wie sieht denn die aktuelle Situation im DAX aus? Und da haben wir in den letzten Wochen immer wieder darauf hingewiesen, dass dieser starke Kursanstieg, den der DAX im November und Dezember hingelegt hat, also von diesen 14.700 Punkten zur 17.000, dass der Index das verarbeiten, verdauen muss, die Überhitzung abbauen muss. Wir hatten darauf hingewiesen, dass wir jetzt zweimal das Top bei den 17.000 hatten. Das zweite Mal direkt am 2. Januar. Und das auch bisher für den DAX gilt. Bei 17.000 ist der Deckel drauf. Gilt das noch? Ja, es gilt unverändert. Wir sehen, er konsolidiert. Er konsolidiert mit leicht tieferen Tiefs. Also einmal eine 16.400, dann letzte Woche die 16.300. Wir haben auch leicht tiefere Hochs. Also die 17.000 hat er nicht mehr erreicht. Dann war es eine 16.800, jetzt 16.600, 16.700. Das ist alles okay. Das ist gesund. Das ist konstruktiv. Aber ja, neutral. Also solange nicht mindestens eine 16.800, eher noch eine 17.000 dann nach oben herausgenommen werden kann, ist der Deckel drauf und der konsolidiert. Das ist konstruktiv. Für den, den es interessiert, die 200-Tage-Linie, die verläuft bei knapp 16.000 inzwischen. Also gesunde Konsolidierung kann sich noch etwas hinziehen. Aktuell keine besonderen Kaufsignale. Und das zeigt schon vom Kursverhalten, der DAX als eher züglicher Index entwickelt sich dann weiterhin schlechter als zum Beispiel die Technologieaktien. So viel unter Punkt 2 zur aktuellen Situation im DAX. Unser dritter Punkt, wir schauen heute einmal auf den Schweizer Markt, den SMI, den Swiss Market Index. Der Swiss Market Index ist dadurch charakterisiert, dass er aus den 20 größten Schweizer Aktien besteht. Und er ist ganz stark von der Gewichtung von den drei Großen dominiert. Also von Nestle, von Novartis und von Roche. Diese drei Aktien zusammen haben ein Indexgewicht von knapp über 50 Prozent. Also gut die Hälfte des Schweizer Marktes wird von der Kursentwicklung der drei ganz großen defensiven Aktien bestimmt. So, wie schaut denn der Swiss Market Index aus? Also auch er muss den Kursanstieg von November und Dezember, der von 10.300 auf 11.300 ging, also etwa 10 Prozent, nicht 15 Prozent wie im DAX, sondern etwa 10 Prozent, aktuell verdauen. Das macht er. Bei 300 scheint momentan, Entschuldigung, bei 11.300 scheint momentan auch der Deckel drauf zu sein. Und was auffällt, wir haben gerade beim DAX darüber gesprochen, dass er in der Konsolidierung permanent etwas tiefere Tief macht. Das macht der Swiss Market Index nicht. Da haben wir bisher immer, dass die Marke von, ja, 11.050 als tief, die ist bisher nicht unterschritten. Er läuft einfach ruhig seitwärts. Also auch das passt. Kann man auch nur sagen, nach oben ist momentan bei etwa 11.300 der Deckel drauf, gesunde Konsolidierung, kann sich noch etwas hinziehen, neutral, keine großen Kaufsignale. Das ist der Swiss Market Index in der relativ jetzt auch kurzfristigen Betrachtung der letzten Monate. Wenn wir den Zeitraum etwas erweitern und auch auf die letzten Jahre schauen, sieht das Bild ein kleines bisschen anders aus, weil es fällt auf, dass der Index im Jahr 2021 deutlich höher stand, nämlich bei 13.000 Punkten und seitdem im Vergleich zum Weltaktienindex oder speziell den amerikanischen Indizes doch deutlich zurückgeblieben ist. So und wie ist denn diese 11.050, 11.100 im etwas mittelfristigen Bild zu charakterisieren? Ja, wir haben zum einen die 200-Tage-Linie, die verläuft bei etwas über 11.000 Punkten. Also da sind wir gerade drüber. Die stützt, das ist gut. Wir sehen aber auch, dass der Index jetzt eine Kursrange, ein Niveau erreicht hat, was in dem Bereich von ja unten etwa 11.100 bis oben etwa 11.600 eine breite Widerstandszone seit 2021 ist. Die erreicht er jetzt. Er erreicht jetzt eher den unteren Rand und bis zum oberen Rand, was auch dann die Spitzenkurse des letzten Sommers wären, das ist die etwa 11.600 Punkte. Ja, er hat ja noch knapp 5% Potenzial. Also es ist okay, es ist konstruktiv, er hat noch ein bisschen Luft, aber es ist jetzt auch noch nicht, dass man sagen kann, wir sehen massive neue Kaufsignale. Das nicht. Aber er stabilisiert sich, er holt auf und hat zumindest bis zum nächsten Widerstand noch knapp 5% Luft. So viel zum Swiss Market Index. Wir können nächste Woche uns vielleicht einen anderen Schweizer Index anschauen, den SLI, den Swiss Leader Index. Der besteht nämlich nicht aus 20, sondern aus 30 Aktien und dort ist das Gewicht, was wir gerade besprochen haben von Novartis, Nestle und Roche. Das ist dann nicht gut 50%, sondern das wird dann etwa nur in dem Bereich von 25% sein. Und der sieht vielleicht ein bisschen anders aus, weil die drei großen Titel nicht ganz so dominant sind. Aber das ist vielleicht ein Thema für nächste Woche. So, das war unser dritter Punkt, die Marktsituation im Schweizer Aktienmarkt. Breite Widerstandszone erreicht, noch ein bisschen Kurspotenzial nach oben, aber ansonsten nicht unbedingt jetzt die Bäume herausreißend. Das bringt uns zu unserem vierten Punkt. Unsere Meldung der Woche. Und das war für mich die wichtigste Meldung in den letzten Tagen. Und sie kam aus Taiwan und sie hatte nichts mit dem Wahlausgang zu tun, sondern sie hatte mit gemeldeten Unternehmensergebnissen von Taiwan Semiconductor. TSMC zu tun. Die Schlagzeilen lauteten letzte Woche, der Chipkonzern TSMC setzt auf Ausschwung und 2023 endet unerwartet gut. Also zum einen war das Positive, dass die Zahlen für das vierte Quartal über den Erwartungen lagen. Und was noch wichtiger war, die Firma TSMC hat sich mit dem Blick nach vorne, und viele sind ja momentan in ihren Ausblicken sehr vorsichtig, eher optimistisch und positiv geäußert und gesagt, die Talsohle ist durchschritten. Wir gehen das neue Jahr 2024 eher von der optimistischen Seite an. Und warum war diese Meldung für uns so wichtig? Weil, wenn wir uns die Kursreaktion der Aktie von Taiwan Semiconductor anschauen, fällt auf, dass diese Meldung, die sie letzte Woche herausgebracht hat, für einen richtigen Kurssprung, nämlich sozusagen mit einem Gap, ein Kurssprung über den bisherigen Widerstandsbereich von 600 Taiwan Dollar gesorgt hat. Nämlich hier auf 626. Das heißt, man sieht, die unerwartet positiven Nachrichten sorgen für den Kurssprung, der Widerstand nach oben mit Gap durchbrochen. Und das ist auch gleichzeitig das Kurshoch des letzten Sommers wurde überwunden. Insofern, und wenn wir einen Widerstand frisch überwinden, wenn Sie sich noch an die Folgen der letzten Wochen vielleicht bei Nvidia erinnern, bedeutet das ein neues charttechnisches Kaufsignal, also neue Stärke. Und wenn der größte Chipproduzent der Welt, und die Welt ist abhängig von den Chips, die aus Taiwan kommen, sich positiv äußert, dann kann das auch durchaus weitere positive Auswirkungen auf die Gesamtmärkte haben. Aber bevor wir uns das anschauen, noch einmal ein kurzer Blick auf die letzten zehn Jahre der Kursentwicklung von Taiwan Semiconductor. Und hier fällt eben auf, dass die Höchststände der Aktie in den Jahren 2020, 2021 lagen. Und die lagen bei ja knapp 700 Taiwan Dollar. So, wir haben die 600 überwunden, 626. Das heißt, wir haben nochmal gut 10 Prozent Luft bis zum nächsten Widerstand, bis zu den alten Höchstständen. Fundamentale Betrachtung ganz kurz noch zum Einschätzen von Taiwan Semiconductor. Es ist eben der weltgrößte Auftragsproduzent von Chips. Große Kunden sind Apple und Nvidia. Wie gesagt, die Welt ist abhängig von den Chips von Taiwan Semiconductor. Die Aktie hat eine Marktkapitalisierung, um das einordnen zu können, von inzwischen knapp 600 Milliarden US-Dollar. Das Kursgewinnverhältnis für dieses Jahr liegt etwa bei 19. Das Fazit zu dieser Meldung und dieser Kursreaktion ist, unerwartet positive Nachrichten, die beflügeln den Chipssektor und speziell dann noch die Tech-Aktien im Allgemeinen. Und das als Meldung der Woche, und deswegen war sie für mich so wichtig, mit den Auswirkungen auf die anderen Märkte, bringt mich zu meinem fünften Punkt, unserem Index der Woche, dem S&P 500, dem wichtigsten Aktienmarkt der Welt. Wir hatten letzte Woche als Titel Ausbruch oder Doppeltop. Da ging es darum, wie verhält sich der S&P 500 im Bereich der Marke 4.800 Punkte. Und es war letzte Woche eben noch nicht klar. Wir hatten sogar auf erste technische Warnsignale hingewiesen, dass die Gefahr besteht, dass der Index bei 4.800 seinen Anstieg beenden wird und dass wir doch vielleicht auch am amerikanischen Markt in eine größere Konsolidierung eintreten können. Aber was ist passiert? Nämlich genau durch diese positiven Meldungen von TSMC, die haben dafür gesorgt, dass auch in den USA speziell die Chip-Aktien, aber die Tech-Aktien allgemein und damit eben aufgrund des hohen Gewichtes der S&P 500 es geschafft hat, zum Ende der letzten Woche die Marke von 4.800 zu überwinden. Und das bedeutet, diese Seitwärtsrange, die wir seit Dezember hatten, unten 4.670, oben 4.800 Punkte, auch die hat er jetzt nach oben überwunden. Auch das hatten wir jetzt gerade bei anderen Charts, zum Beispiel bei Taiwan Semiconductor. Das klingt erstmal nach einem charttechnischen Kaufsignal, zumindest nach einem Stärkesignal. Und die nächsten Tage werden jetzt zeigen, ich hatte Ihnen letzte Woche auch gesagt, naja, dieses Überwinden der 4.800 muss schon nachhaltig sein, weil die historischen Höchstkurse aus dem Jahr 2021 eben bei 4.818 lagen. Also um das wirklich nachhaltig zu überwinden, sollte der Index schon die Marke 4.850 erreichen oder überwinden. So und das ist jetzt für uns genau das Thema von heute, morgen, übermorgen und den nächsten Tagen. Langt die Kraft, die die positive Meldung von Taiwan Semiconductor hatte, um die Chip und die Tech-Aktien nach oben zu ziehen und eben auch für den Gesamtmarkt S&P 500 diese neuen historischen Höchststände zu erzielen. Was wir auf jeden Fall sagen können, das Momentum bei Tech-Aktien ist immer noch positiv. Und wer sich noch einige Wochen zurückerinnert, wir hatten unsere erste Folge des Jahres ja mit dem Titel Favoritenwechsel an der Börse gestartet. Die Defensiven holen auf, also die Defensiven verhalten sich auch gut. Wir haben ja gerade gesehen, der Schweizer Markt, er kommt langsam. Aber das Momentum und die Rallye bei den Tech-Aktien scheint dann doch noch nicht zu Ende zu sein. Wir sehen gerade in den letzten zwei Tagen erneute Stärkebeweise. Und wenn wir uns den S&P eben über die letzten Jahre betrachten, sehen wir nochmal aus Ende 2021 diesen historischen Höchstkurs genau bei 4.818. Da sind wir jetzt leicht drüber. Wir sind aktuell heute vorbereitet. Ja, 4.855. Also es scheint so zu sein, als ob der amerikanische Aktienmarkt durchaus die Stärke besitzt, auch hier diese alten Höchstkurse zu überwinden. Der Nasdaq eben hat es auch geschafft in den letzten zwei Tagen eben noch deutlicher. Was bedeutet, die weitere Kursentwicklung für die nächsten Wochen scheint noch einmal positiv zu werden. Also das Fazit bleibt, die Chip und die Tech-Aktien ziehen den Gesamtmarkt noch einmal nach oben. Der S&P 500 scheint die Marke 4.800 zu überwinden und erreicht neue historische Höchststände, genau wie der Nasdaq 100. Das Momentum bei Tech-Aktien ist immer noch positiv. Insofern war unter Punkt 4 die Meldung der Woche, die Meldung von Taiwan Semiconductor so wichtig für die weltweite Börsenentwicklung und eben auch so wichtig jetzt für den Blick nach vorne, der jetzt auf einmal noch einmal wirklich konstruktiv und positiv ist. Ja, und wenn wir von konstruktiv und positiv sprechen, schauen wir auf unseren Punkt 6. Und da muss ich sagen, wir hatten auch eine negative Meldung der Woche. Die kam leider aus Deutschland, die kam aus der Chemieindustrie, die kam von BASF. Und das ist für mich das typische Beispiel, dass die zyklischen Sektoren, also die industriellen Sektoren unter der Konjunkturschwäche, die wir speziell ja in Europa haben, definitiv leiden. Die Schlagzeilen lauteten bei BASF. BASF verfehlt die Prognose und die war ja schon auch im letzten Jahr mehrfach nach unten angepasst. Jahresgewinn bricht deutlich ein. Beim Cashflow Punkte BASF, damit dürfte zumindest die stabile Dividende gesichert sein. Aber die Art von Meldungen, dass Prognosen weiterhin nach unten angepasst werden und auch noch verfehlt werden, die lassen einen dann sich nicht wundern, wenn wir uns die Kursentwicklung von BASF anschauen. Und da muss ich leider sagen, da ist BASF für mich aus dem DAX als ein solider Blue Chip leider das Beispiel für eine seit Jahren enttäuschende Kursentwicklung. Im Jahr 2019 und auch noch im Jahr 2000, ja Anfang 2021, gerade mal zwei Jahre her, notierte die Aktie noch bei 70 Euro. Wenn ich noch ein Jahr weiter nach hinten gehe, im Jahr 2018, das waren die historischen Höchststände, kam BASF von 100 Euro. Wo stehen wir heute? 43 Euro. Also die Aktie hat sich einfach mehr als halbiert. Und das ist natürlich in einem Umfeld, in dem große Indizes neue Höchststände erreichen, einfach nur enttäuschend und es scheint dabei auch zu bleiben. So, die Unterstützungszone, die wir seit dem Jahr 2020 haben, die liegt bei knapp 40 Euro. Das hatten wir im Jahr 2020, das hatten wir im Jahr 2022. Wir hatten das im letzten Herbst bei 40, wir sind jetzt bei 43. Also wir sind in der Nähe der Unterstützungszone, der Tiefs der letzten Jahre. Das ist okay. Diese enttäuschende Kursentwicklung, die wir haben, spiegelt sich natürlich auch in der Marktkapitalisierung wieder. Die beträgt bei BASF jetzt noch knapp 40 Milliarden. Wir hatten gerade Taiwan-Sema-Kontakt, da fehlt knapp 600 Milliarden Dollar. Also auch da sieht man inzwischen, wie sich die Kräfteverhältnisse am Markt verschieben. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei der Aktie für dieses Jahr liegt bei erwarteten etwa 11. Und wenn die Dividende gezahlt werden kann und stabil bleibt, wenigstens ein Trosttropfen, ein Trostpflaster. Die beträgt nämlich knapp 8 Prozent. Das ist extrem viel. Und was, glaube ich, Aktien wie BASF dann einfach helfen kann, ist wieder ein Aufschwung, ein Konjunkturaufschwung, denn diese tüglichen Aktien leiden, und bei BASF sieht man es jetzt sehr schön, schon seit Jahren unter der Konjunkturschwäche im verarbeitenden Gewerbe, was wir haben. Also insofern nach dieser positiven Meldung von Taiwan Semiconductor eben leider auch die negative Meldung der Woche BASF als Beispiel für die Probleme, die wir in den züglichen Sektoren haben. Was bedeutet das für uns zusammengefasst als Fazit der Woche? Erstens, der wichtigste Aktienindex der Welt, der S&P 500, er arbeitet am Ausbruch über die bisherigen Höchststände, 4.818. Wir sind jetzt bei 4.850. Das sieht gut aus, neue Höchststände sind gut. Das bedeutet, scheinbar geht der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten, zumindest bei diesen Indizes, noch weiter. Beim DAX eben nicht. Wir konsolidieren noch unterhalb der 17.000. So, die positiven Meldungen unter Punkt 2 eben von Taiwan Semiconductor beflügeln nicht nur deren Aktienkurs, sondern den gesamten Chipsektor und in der Summe die Tech-Aktien, die dann die Indizes weiter antreiben. Punkt 3, negative Meldung der Woche BASF, zügliche Aktien leiden unverändert unter der Konjunkturschwäche. So, und was bedeutet das für uns, für unsere Positionierung in unserer Aktienstrategie? Unter Punkt 4, in unserer globalen Aktienstrategie Aktienflex bleiben wir im Tech-Sektor noch immer übergewichtet. Wir haben immer noch relativ viele Tech-Aktien. Wir sind im Aktienflex in Taiwan Semiconductor, investiert ca. 2% Gewichtung. Wir sind unter Punkt 6, das noch als interessante Zusatzinformation, nicht nur im Tech-Sektor an sich übergewichtet, sondern Chip-Aktien, also die Halbleiter-Aktien, sind im Aktienflex bei uns momentan mit etwa 10% investiert. Und das ist schon eine Menge. Also da zeigen wir schon eine klare Kante für den Sektor. Und wir sind unter Punkt 7, wenn wir auf die negative Meldung der Woche eben von BASF kommen, wir sind speziell im Chemiesektor, im Aktienflex nach wie vor deutlich untergewichtet. Also Tech-Aktien immer noch übergewichtet. Kursanstiege in den Indizes scheinen noch weiter zu gehen. Chip-Aktien sind wir besonders stark übergewichtet und zyklische Elemente, speziell wie der Chemiesektor, bleiben wir erst einmal unterinvestiert. So, das war's für diese Woche. Freue mich wie immer und bedanke mich für Ihr Interesse. Mal schauen, was die nächsten Tage der Berichtssaison bringen werden. Freue mich schon auf nächste Woche wieder bei Ihnen zu sein, Ihr Michael Winkler.